Warum entscheiden sich so viele Menschen dafür, mit nur einem Partner zusammenzuleben? Warum heiraten Menschen einander? Und warum heiratet man in unserer Kultur nicht gleichzeitig zwei oder drei oder vier? Menschen, die einander vertrauen, unterstützen sich gegenseitig. Die Sicherheit, sich aufeinander verlassen zu können und die Gewissheit, dass der andere alles geben wird, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Wenn Menschen ein Haus verkaufen, ist das oft eine der wichtigsten Entscheidungen in ihrem Leben. Da muss man sich auf den anderen verlassen können. Manche wollen dafür gleich mehrfach heiraten. Sie beauftragen mehrere Makler, die sich ins Zeug legen sollen. Doch dabei wären sie mit einem glücklicher. Ein Makler-Alleinauftrag ist ein Pakt auf Gegenseitigkeit. Der Makler wird alle notwendigen Schritte tun, um sie zufriedenzustellen. Lassen Sie nicht zu, dass mehrere Makler eine der wichtigsten Entscheidungen zu ihren Ungunsten beeinflussen. Geben Sie einen Alleinauftrag. ! . . . . . Vielen Dank. 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 Vielen Dank.